Im Mai 2019 ereignet sich ein Einbruch in einem Kiosk in Schleswig-Holstein. Der Kioskbesitzer teilt der Polizei mit, dass eine große Menge Zigaretten gestohlen worden sei. Die Polizei sieht sich in der Umgebung des Kiosks um und entdeckt bald eine Packung Zigaretten und wenig später eine weitere. Als sie die Spur verfolgt, findet sie immer mehr Zigarettenpackungen. Der Einbrecher hatte sie auf dem Heimweg vom Kiosk aus verloren. Die Polizei kann den Täter auf diesem Weg bis nach Hause verfolgen. In der Wohnung des 42-jährigen Mannes findet die Polizei die restlichen Zigaretten, die er erbeutet hat, die zum größten Teil noch in Taschen mit einem Aufdruck des bestohlenen Kiosks verpackt sind. Der Täter wird vor Ort festgenommen. Für Kriminalfälle in voller Länge schaut mal auf meinem Kanal vorbei, nicht nur wenn es dunkel wird. Bis gleich!